Thüringen ist schön, der Osten ist schön und wir finden längst nicht alles schlecht, aber es gibt einige Dinge, die wir ändern müssen. Wie wir das künftig in Thüringen und im Osten machen wollen? Wir sagen Nein zum Windrad. Wir sagen Weg mit Gebührenzwang. Wir wollen Unterricht auf Deutsch und ohne dieses Gendern, denn wir wissen, es gibt nur zwei Geschlechter. Deswegen gilt übrigens auch unsere Fachkräfte, die machen wir selbst. Bei uns im Osten geht die Sonne auf, nicht nur symbolisch, sondern auch politisch. Wir wollen Heimat statt Multikulti und deswegen sind wir für andere fast schon verboten gut. Mit uns wird es heißen und Tschüss Bodo, auf Nimmerwiedersehen. Damit sagen wir Ja zur Jugend und zur Freiheit. Wir sagen Ja zum Leben ohne Angst. Wir sagen Ja zur Sommer, Sonne, Remigration und wir bleiben dennoch sozial ohne rot zu werden. Außerdem brauchen wir in Thüringen wieder günstige Energie. Und wir wissen, Frieden ist alles. Deswegen gilt für jeden von uns, schreibt Geschichte. Und wenn noch einer sagt, die AfD darf ich nicht wählen, dann sagen wir in Thüringen, trau dich, dein Nachbar wählt uns auch. Genauso wird Thüringen wieder besser, indem wir es hier im Osten einfach machen. Der Osten macht's.